Guten Morgen, liebe Kollegen. Es ist für mich eine große Ehre, heute hier mit euch auf dem höchsten Forum des ÖGB zu sein. Gestern war ein unglaublich emotionaler Tag, der Auftakt des Kongresses. Und die Teilnahme hochrangiger Politiker, des Herrn Bundespräsidenten, des Herrn Bundeskanzler, der Vertreter der politischen Spitze, der Sozialpartner, das alles ist ein Zeichen des Respekts gegenüber dem ÖGB. Und ich sehe, das ist keine reine Höflichkeitsgeste, sondern, dass es nicht so ist, 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 dass es nicht so ist. Es zeugt von einem tiefen Verständnis dafür, dass der ÖGB eine starke und zuverlässige Brücke ist zwischen den Bürgern, der Gesellschaft und der Staatsmacht. Ohne die ist keine Stabilität möglich. Und die Wirtschaft kann ohne die Arbeit von Beschäftigten keine Glauben. Gewinne erzielen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Aber das Wichtigste ist der Dialog zwischen der Staatsmacht, der Wirtschaft und den Arbeitnehmern, um Österreich zu einem blühenden Land zu machen und zum Wohlstand zu führen. Und gestern haben wir zum Abschluss des Tages noch einmal eine Portion positiver Emotionen bekommen, als die österreichische Fußballnationalmannschaft sehr überzeugend gesiegt hat. Aber ich denke, das ist auch ein sehr gutes Beispiel und Vorbild für uns. Es zeigt uns, dass man wirklich bis zum Ende kämpfen muss, um das zu erreichen, wofür man kämpft. Und es ist sehr schön zu sehen, dass die österreichischen Gewerkschaften auch auf internationaler Ebene führend sind. Wolfgang Kacian wurde zum Präsidenten des EGB und Oliver Röpke zum Präsidenten des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Und ich möchte euch noch einmal gratulieren. Wir haben mit großer Freude für euch gestimmt. Und ich wünsche dem ÖGB weiterhin viel Erfolg und Fortschritte im Kampf für die Rechte der Arbeitnehmer. Aber mir ist bewusst, und ich denke, es ist auch allen hier Anwesenden bewusst, dass das nur in einem friedlichen Zustand möglich ist. In meinem Land dauert der Krieg schon 483 Tage. Ein Krieg, der auf zynische Weise vom russischen Aggressor gegen das ukrainische Volk entfesselt wurde. Der Krieg hat Zehntausende meiner Landsleute, die besten Söhne und Töchter des ukrainischen Volkes, das Leben gekostet. Hunderte von Städten und Ortschaften wurden zerstört. Die Arbeitsplätze, wo Menschen gearbeitet haben, sind zerstört. Millionen meiner Mitbürger waren gezwungen, das Land zu verlassen oder wurden zu Binnenvertriebenen in der Ukraine. Und während des Krieges sehen sich die Arbeitnehmer und Gewerkschaftsorganisationen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Eine Beschäftigungskrise, der Rückgang der Reallöhne, Leider kommt es zu Einschränkungen der Arbeitnehmerrechte während des Kriegsrechts. Und wir sehen viele Zeichen von Armut und Trauer. Und leider muss ich auch feststellen, dass die Anzahl unserer Mitglieder der FPU sehr stark zurückgegangen ist und wir jetzt um 520.000 Mitglieder weniger haben. Aber selbst die, die bei uns geblieben sind, sind nicht in der Lage, oftmals die Mitgliedsbeiträge zu zahlen, weil sie keine Arbeit haben. Und liebe Kollegen, es gibt heutzutage keine lokalen Kriege mehr, die sich nicht auf andere Länder auswirken. Das kann man mit einer Lieferkette zum Beispiel vergleichen. Und es wirkt sich auf die Wirtschaft auch aus. Und der Krieg kann niemanden sprachlos zurücklassen. Der Aggressor schreckt leider von nichts zurück, um die Ukraine zu zerstören. Und davon zeugt auch die jüngste Sprengung des Karkovka-Wasserkraftwerks. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen das Recht der Menschen dort zu leben, wo sie möchten. Das Atomkraftwerk in Zaporizia ist vermint worden und das stellt eine Gefahr nicht nur für die Ukraine dar, sondern ist auch eine globale Gefahr. Und die täglichen Eingriffe und Bombardements auf Siedlungen, auf Krankenhäuser, das alles bringt jeden Tag viel Trauer. Diejenigen, die für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und der Aggressor muss rechtlich und finanziell voll zur Verantwortung gezogen werden für die Schäden, die er zugefügt hat. Und nur eine vollständige Rückeroberung der Ukraine und Garantien für die Sicherheit der Ukraine können diesen Krieg stoppen. Die erschöpften, aber unbeugsamen Ukrainer wollen so schnell wie möglich zu einem friedlichen Leben zurückkehren. Schließlich können der neue Sozialvertrag, menschenwürdige Arbeit und Gerechtigkeit nur in Frieden erreicht werden. Und danke Ihnen, dass Sie unsere Initiative unterstützt haben im September dieses Jahres. Es ist in Kiew eine Gewerkschaftskonferenz unter dem Titel oder vorläufigen Titel Freunde der Ukraine abzuhalten, wo wir über Frieden sprechen werden, über Sicherheit, über Rechte der Arbeitnehmer. Und natürlich wird es auch um den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg gehen, um den europäischen Integrationsprozess. Und es geht auch um die Modernisierung der Gewerkschaftsarbeit selbst und um die Mitgliedschaft im europäischen Gewerkschaftsbund. Ich lade Sie herzlich ein, nach Kiew zu kommen und wir werden viel zu besprechen haben. Aber heute, коллеги, ich möchte, ich möchte noch einmal sagen, dass wir immer wieder pamiętieren, die Hilfe, die die australische Gesellschaften bereits im ersten Jahr der Krieg geholfen haben, und zwar den ukrainischen Arbeitnehmern und Gewerkschaften. mit Medikamenten, mit Lebensmitteln, mit Zuspruch, das hat uns alle sehr unterstützt und unterstützt auch heute noch in dieser schwierigen Zeit. Und deswegen herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft und die Solidarität, liebe Freunde. Aber der Krieg dauert leider immer noch an. Und ich hoffe, dass wir weiterhin zusammen daran arbeiten werden, die Rechte der Arbeitnehmer in der Ukraine und in Europa sicherzustellen. A уже святкуватeme ma перемогу, безумовно, в місті Києві, столиці звільненої України і Україна, яка встане в майбутньому дуже скоро членської організації європейської спільноти. Я це щир вірюю, і ми разом будем працювати на цієї идеї. Und wenn es darum geht, den Sieg zu feiern, werden wir dies gemeinsam tun, und zwar in Києв, in der Hauptstadt einer befreiten України, und einer України, die in Zukunft ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union sein wird. Davon bin ich fest überzeugt. В Єдності і Солідарність ми переможемо. Геинт і Солідарність зом Сіг! Дякую! 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 nur in Gedanken an der Seite des ukrainischen Volkes, sondern auch in Taten. Der ÖGB war wahrscheinlich eine der ersten österreichischen Organisationen, die schon in der ersten Woche nach Kriegsbeginn einen Hilfskonvoi mit fast 20 Tonnen Lebensmitteln, Unterstützungsmaterialien in die Ukraine gebracht haben. Und seither haben wir eine Vielzahl an Transporten gemacht und lieber Gregory, hier in diesem Saal sind viele Betriebsrätinnen und Betriebsräte aus sehr vielen unterschiedlichen Unternehmungen in ganz Österreich. Und einige von Ihnen können sich wahrscheinlich noch erinnern, wie Sie sich geärgert haben, dass der Markus Strohmeier und ich Sie angerufen haben und gesagt haben, Leute, ihr müsst uns helfen, wir brauchen Decken, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen dieses und jenes. Und alle, die wir gefragt haben, haben geholfen. Und heute sind Sie hier und sehen, was es gebracht hat, um wem wir geholfen haben. Ich denke, das war eine großartige Aktion, die wir gemeinsam geleistet haben. Applaus Und wir haben auch Spenden gesammelt und zuletzt konnten wir einen neunsitzigen Bus an die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ übergeben, was uns auch sehr gefreut hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unvorstellbar, Gewerkschaftsarbeit während des Kriegs zu machen. Und wir können nur erahnen, welche beeindruckende Leistung ihr als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in der Ukraine vollbringt. Aber wir wollen euch eines sagen. Wir stehen klar auf der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in einen Krieg gezwungen werden. Und wir fordern, dass Russland den Krieg nicht beenden muss und seine Truppen vom Territorium der Ukraine zurückziehen muss. Applaus Lieber Grigori, Österreichs, aber auch Europas Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind ohne Frage mit Herz und mit Tatkraft an eurer Seite. Und als gelebtes Zeichen der Solidarität darf ich dir im Namen des ÖGB und der hier anwesenden Hunderten Delegierten die Fahne der Solidarität überreichen. Wir wünschen dir und euch, den ukrainischen Arbeitnehmerinnen und dem ganzen Volk, die weiterhin viel Kraft, diese so traurige und schwere Zeit zu überstehen. Und wir wünschen uns eine starke Gewerkschaftsbewegung in einem Land Ukraine, das auch den Grundsätzen und Werten der Europäischen Union entspricht und bald auch in Europa begrüßen zu dürfen. Alles Gute. Applaus Applaus